hallöchen und herzlich willkommen hier zurück zu einer weiteren folge divinity original sin in der letzten episode liebe leute haben wir den makellosen beschwörer zur strecke gebracht es war ein harter und sehr langer kampf möchte mal behaupten und dann jetzt einmal looten erleuchtetes amulett wird unter den makellosen als zeichen der hochachtung und des vertrauens getragen ok das scheint dann noch wichtig zu sein fähigkeiten buch stab den bush dann immer mit robuste kettenrüstung luftresistenzdrank hier sonst war da sonst haben wir glaube ich eh schon alles aufgesammelt ok gut dann ich bin jetzt ein bisschen aufgeregt muss ich sagen was so das ist im haus blau pilz nein im leberkampilz von denen sonst greifen mir die vielleicht nur an oder so ich bin ein bisschen aufgeregt würde ich sagen wir betreten jetzt das haus der weißen hexe naja es passiert irgendwie nicht so viel die musik ist darin schön oh lauter coole sachen auch das ist natürlich ja das würde ich auch sagen das ist echt super pilz fliegenpilz warum ist dieser nicht erreichbar du stehst genau davor dann nimmt das teller mit aber jetzt super den brauche ich nicht ok breiter schädel 299 wege zur weisheit öffnet es acht mit den geruch der seiten ein und lernt etwas neues cool dass du jetzt gleich mal lesen aber das hört sich äußerst interesting an ok 299 wege zur weisheit für die meisten der vorschläge in diesem buch fehlt euch die zeit toll sehr toll aber ich hab's ich habe jedenfalls das buch da können wir den schrank durchsuchen flasch flaschen ständer schädel nicht erreichbar na gut dann lasst man den schädel heute mal liegen ansonsten gibt's da nix finde ich immer so die ganzen aufzeichnungen und sie schaut immer so cool aus so mystisch liebe leute na gut Astartes Spiegel Hexengrotte öffnet es atmet den geruch der seiten ein und lernt etwas neues wieder einmal vielleicht haben wir da jetzt genug zeit zum lesen über spalte und ihren negativen einfluss auf das raumzeit kontinuum die verfasserin dieses buches untersucht die auswirkungen von zu vielen geöffneten spalten an einem ort sie stellt die vermutung auf dass es einen bruch im raumzeit kontinuum geben könnte wenn zu viele spalte erschaffen werden bisher gab es keinerlei probleme so dass sie über die mögliche ergebnisse nur spekulieren kann ja jetzt haben wir wieder sehr viel neues gelernt das stimmt jetzt sind jetzt viel gescheiter worden wie vorher da ist nichts drin da ist ein bisschen was drin da ist auch eine weitere holzkiste man ich mag irgendwas cooles da ist nur was da oben ist ein heiltrank stopp heiltrank was geplündert ja gut aber die makellosen können es ja nicht gewesen sein dass die den ort geplündert haben denn die haben ja nicht einmal einen weg gefunden durch die barriere ein schrankschlüssel was schrankschlüssel nennt man das ok jetzt habe ich es auch rausgekriegt magische tragödie magische tragödien teil 1 unfreiwillige stunden im limbus warum erfahrene magier stets einen stapel bö karten dabei haben ja warum wir haben es nicht erfahren also schlau werden aus diesen büchern leider gottes nicht ich glaube auch irgendwer war da schon da ne na gut ok lass die was ist da ok da ist nix gut da können wir nur die ganzen kisten da durchschauen korb 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 mhm 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 Ich muss die Kisten durchschauen, es dauert zwar ein bisschen. Schau, da war jetzt irgendwas. Was ist das? Das Zauberbuch des Undenkbaren schlagt es auf und blablabla. Die zweite Überschrift dieses Zauberbuchs lautet, ihr wisst nicht einmal, was ihr nicht wisst. Es scheint ein unvollendetes Werk zu sein und obwohl ihr fühlt, dass etwas Großartiges darin enthalten ist, könnt ihr es nicht erfassen. Aha. Aha, aha, aha. Aber wo ist die weiße Hexe? Also wir wissen, als ist jetzt da alles durchwühlt worden, ich frage mich halt, wer... Da ist so dunkel in der Ecke. Was ist da los? Wer war da? Bausatz für Stab Teil 1. Ast. Was? Das ist wertvoll. Wenn ihr gehört habt, glauben die Ältesten der Elfen, dass in knorrigen, gewundenem Holz das meiste Kraftpotenzial schlummert. Okay, also ich kann da dann irgendwann nochmal so einen richtig guten Dings zusammenbauen, oder wie? Also, ähm... Na, wie nennt man das denn? Einen Stab. Einen Stab. Ah, da ist der Schrank. Ah, da ist der Schrank. Wir haben ihn aufgesperrt. Zerrissenes Tagebuch. Icaras Tagebuch strahlt vor uralten Beschwörungsformeln. Okay. Na warte, bevor ich da... Ich schau jetzt da nochmal das Bücherregal durch, weil dann hab ich eh schon alles. Was ist das? Ich habe etwas gefunden. Ein Schalter. Das ist etwas da so dunkel. Boah, das ist mir geschreckt. Oh, ich werde nochmal gespeichern. Tagebuch, die Reise eines Quellenjägers. Die Makellosen betreiben wegen der weißen Hexe einen großen Aufwand und richten dabei so manches Blutbad an. Wir können nur hoffen, dass wir sie lebend finden, damit wir endlich die Wahrheit über die Angelegenheiten erfahren. Wegen der wir eigentlich hier sind. Aha. Äh, okay, warte mal. Warum das Tagebuch? Wir haben ein Tagebuch. Da. Ich fürchte, ich habe nicht mehr viel Zeit. Sie kommen. Da bin ich mir sicher. Ich habe alles Wertvolle in einer verborgenen Truhe weggeschlossen, die niemand finden wird. Aber ich selbst kann mich nirgends vor den Grollen verstecken, die mich erwarten. Okay, also die Truhe ist jetzt nicht in diesem Haus, oder? Also die Ikara, das ist die weiße Hexe, schätze ich mal, oder? Oh, die schaut schön aus. Das gefällt mir. Cool. O IP! O IP! O op! O IP! O IP! ich weiß es nicht mehr ich glaube die hexe ist nicht böse wenn ich mir das anschaue aber sie ist ja vor irgendwem geflüchtet ich kann sie abbauen stimmt cool wie oft kann ich das machen ich probiere es jetzt so lange bis weg ist naja vielleicht einmal ich mache es noch leute einmal noch ok da ist da ist er sie sind in den see gesprungen bevor sie uns überhaupt bemerkt haben in den see gesprungen aha Volgraf hat etwas gespottet ich tue mal die leiche da durchsuchen da ist voll der wisst ihr wie der ausschaut der hund oh mein gott der schaut aus wie der hund von jake der was am friedhof da war könnt ihr euch noch rindmaihof das ist auch nicht bitte nicht ich schaue jetzt mal was da drinnen ist unter der erde aha naja ich sammite das einmal auf ne gut ich dann einmal zwischenspeichern ich habe irgendwie schiss in der höhle ich weiß nicht warum ok das ist ein weiteres ding aber ist doch jetzt nicht abgebaut da ist eine ratte wir reden mal mit ihr wenn ich es erwischt komm schau komm schau das ist oft gar nicht so einfach ich frage mich ob sie das wildschwein auch erwischt haben oh jetzt werde ich den vergrabenen schatz der hexe nie finden ok also irgendein wildschwein und der schatz der hexe das hängt irgendwie zur truhe komm ich da so runter wer redet da mit uns wer redet da mit uns wer redet da im see entweder haben wir halluzinationen oder wir wurden in der höhle unterhalb von ikaras hütte von einer wasserpfütze angesprochen die geheimnisvolle stimme bat uns sie an einem see tiefer in der höhle zu treffen ok dann machen wir das halt einmal da ist ein wildschwein ist es das wildschwein von dem da unten kämpft wer oder wie das sind schafe ok wer sollt das ist eine kuh und was ist das eine qualle oder so das ist sicher das wildschwein was wir retten müssen ich bin mir so sicher ok ok jetzt warte mal taktische ansicht wie viele gegner sind da das sind viele gegner ok du machst dich jetzt einmal unsichtbar falsch unsichtbar und gehst einmal einfach so weit rein wie möglich vielleicht da her weil dann kann er gleich den Kryomant da fertig machen also ich schätze einmal Kryomant der tut die Leute einfrieren ne ahja und der tut das auch hä oder lasst bitte das Schweinchen in Ruhe kann ich unser Schweinchen heilen ich weiß nicht ich geh einmal wieviel Aktionspunkte ich kann drei verbrauchen ich geh einmal da her sehr gut ich kann unser Schweinchen heilen ok der Bob ist dran sehr gut jetzt noch eine Feuerattacke drauf gut das war glaube ich schon einmal ein gutes Ding ne das tut er das tut er ok er zaubert ein weiteres Wildschwein herbei soll uns nicht weiter kümmern liebe Leute ok ok sie meinte sie ist eingefroren so so ich glaube es wäre ganz gut wenn wir als erster die die Kryomanten da zer- äh zer- zerlegen ok Punkte aufheben ich glaube dass die relativ nervig sind das kann das kann schießen das Blütschwein kann schießen ok ich hole mir lieber ein Leben zurück und mach nur eine Feuerattacke drauf gut dann ist mir eigentlich der schon einmal weg das finde ich auch sehr positiv nur ein Wildschwein was ist denn da los das ist ein Wolf das ist kein Wildschwein ok auf den Shea-Hen aha so jetzt kommt der Wulgrau feindlich wieder einmal der geht da her und wird den gleich einmal vergiften zack boah so viel abgezogen ist das nice ok dann dann wir da einmal abgeschirmt aber gegen was abgeschirmt ist gegen Wasser oder was keine Ahnung ich geh einfach ah der ist nicht im Sichtfeld ne wurscht ich probier's einfach mal haut drauf Shea-Hen ich betäub dies einmal auf alle Fälle das ist schon mal gut zack sehr gut ok das Schweinchen muss überleben wir finden sonst niemals den Schatz der weißen Hexe Leute einfach drauf sehr gut und ich kann jetzt ich geh einfach hinter den zu gut gut die Semantis tut sich einmal stärken bl 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 Es blockiert? Ich könnte jetzt nur... Ah, blockiert, okay. Äh, was tue ich denn? Eben, einfach die Punkte auf. So. Auf den Wolf. Gut, da brennt jetzt schon mal, das ist gut. Mhm, mhm, mhm. Jetzt kommt da nur so ein Viech daher. Ein Hund. Ist relativ nervig, muss ich sagen. Oh, oh, was ist da los? Sehr gut, Thuring. Äh, okay, der J-Han. Ja, das war's. Ah, gut, der kann zweimal schießen. Zum Glück ist unser Schweinchen relativ zäh. Das finde ich sehr gut. Ich frage es, wenn ich da jetzt hingehe, trifft mich dann das Gift? Ich probier's einfach. Nö, hat mich nicht getroffen. Das ist sehr, sehr positiv. Schau mal. Sehr gut. Ich geh, ich geh. Ich geh, ich geh. Warum ist das Ziel blockiert? Warum ist das blockiert? Ich hab da freie Schussbahn. Schaut's mal. Hm. Nö, ich geh einfach so hin. Nö, ich geh einfach so hin. Oh, unser Schaden ist eigentlich echt gut. Okay, ist jetzt blöd. Ich darf da jetzt keine Feuerattacke machen, weil sonst explodiert der ganze Bereich da. Bewege mich mal einen Schritt da her. Und schieß einfach so drauf. Ah, die Makellosen haben die ganzen Viecher da umgebracht, um Blutsteine zu erschaffen, oder? Ja. Denn man verwendet für die Blutsteine ja das Blut von niederen, äh, von niederen Lebewesen, oder so, ne? Haben wir ja gelernt. Taaack. Äh, ha. Geht sich noch immer nicht aus, aber ich kann... Jetzt, oder? Nee? Einen Aktionspunkt kann ich nur verbrauchen. So. Tot! Stirb! Juhu! Ja. Hallo? Wildschwein, was tust du jetzt? Es tut einmal eine Runde. Und ich muss sehr lange überlegen, was der nächste Schritt ist, dieses kleine Wildschweinchen. Und es hat sich entschieden, dass nichts tut. Da habe ich absolut nichts dagegen. Kann ich da beide treffen? Au! Das ist cool. Okay. Sind eh nochmal die zwei da, oder? Sehr gut. Kann ich nochmal? Ja. Ja. So wenig Leben, du. Was hat er da gemacht? Oh. Juck. So. Das Wildschweinchen kommt dran. Der Thuring. Okay, da will ich gar keinen von denen, dann geh ich einfach einmal da her und bleib da stehen. Der Wulgraf ist dran, der macht den Nekromanten hinweg, sehr gut Wulgraf. Und die Semantis haut einfach da einmal drauf, haut sogar nur einmal drauf und bleibt da stehen. Und er schießt drauf. Oh, Feuer! Um auch die Hüterin zu retten. Okay, äh, wer seid ihr? Der letzte Überlebende. Okay, also er ist eins von den Tieren, die die Weiße Hexe hergebracht hat, um sie zu heilen. Und dann sind halt die Makellosen eingefallen und haben alle getötet und er ist jetzt der letzte. Was ist hier geschehen? Na, die Hüterin Almina, wer ist denn das jetzt schon wieder? Oh, jetzt bin ich verwirrt. Boah, die haben die Tiere grausam abgeschlachtet. Oh, wer ist diese Hüterin, von der ihr sprecht? Achso, die Weiße Hexe, okay. Also die Hüterin ist die Weiße Hexe, okay. Die Weiße Hexe hat irgendwo eine Kiste versteckt. Wisst ihr, wo sie ist? Oder wir fragen vorher, was könnt ihr mir über diese Höhle sagen? Also die Höhle ist also eine Zuflucht. Okay, und die Makellosen haben die Weiße Hexe irgendwie ins Wasser geschleppt und im Wasser sind sie dann alle verschwunden. Und die Almina, von der ich eigentlich noch immer keine Ahnung habe, wer das ist, ist der Weiße Hexe dann noch gesprungen in das Wasser. Ach, verwirrend. Die Weiße Hexe hat irgendwo eine Kiste versteckt. Wisst ihr, wo sie ist? Okay, also wir können uns helfen, die Kiste zu erschnüffeln. Dann mal los, du Ring! Oh ja. Na gut Leute, aber zuvor gibt's wieder eine Folgenpause. Und wir sehen uns in der nächsten Episode von Divinity Original Sin, wo wir hoffentlich die Schatztruhe von einer Weißen Hexe finden. Bis dahin. Ciao! 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 Untertitelung des ZDF, 2020